Seit 2016 ist das OXIL für mich ein ganz wichtiger Ort, weil meine Bands dann geprobt sind und ich eigentlich jede Woche hier bin. In erster Linie für die Band, aber auch als Veranstalterin habe ich schon mitgewirkt und als Helferin und auch als Zuschauerin an verschiedensten Events. Und ich finde es einfach toll, dass ich kulturell Erfahrungen sammeln kann und mich mit Leuten vernetze in verschiedensten kulturellen Veranstaltungen, sei es ein Konzert oder im Theater oder eine Sommerbar, wo man einfach draussen ist und etwas trinkt. Und ich finde es so wichtig, dass ich so einen Ort in meinem Leben und in Zofingen gefunden habe, wo ich einfach herkommen kann und kulturell tätig sein und mithilfe. Und es war mir mega wichtig für das.